Ich bin Tim Blaskowski, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hannover. Ja, ich bin Max Bergmann, wir sind hier in Hannover, Relfenplatz. Ganz nett hier, ne? Over 2s, hop over. Und dann Nose 3er. Auf die Platte. Um, bar spin, 2m, 180, und da, gleich, water. Heißt, take 2 bars drin, am Rail. Und hier an der Quarter, 2,17, no hand. Also, da machen wir jetzt 180 Fakie Manual, to Half Cap Manual, to 360er. Los, wenn du übers Pack, oder One-Foot-Nose-Menü. Also, ein Vorderrad drick hier rüber, und dann so ein 180 Hinterrad-Eye-Clammer, to 360. Einschöng, 내려ge das. Was hat man? Was hat man? Was hat man auch gemacht? Was hat man zu tun? Was hat man eine an? Was hat man an? Wuh, was hat man mit? Was hat man? Was hat man, mit? Sie sind? Was hat man zu sehen? Was ist das? Sehr wohl! Eww! Try it! Alter! Boahhhh! Echt? Was? Harte, hab ich hingeguckt, sie scheißet. Es war die Schmerzen. Zeiget, dass es wichtig ist. Ich habe die Schmerzen, die Schmerzen von einem Schmerzen. J испытile ich eins maximal, wie gut sie willst. Es wird auch ein bisschen generiert, wie gut sie wollten. Gut, es ist ja 힘들, dass ich nicht möglich вещ bin. Weiß ich nicht, ob das so geil geht im Train. Wir kommen über die zwei, also zwei Vorten. Einmal. Oah! Ich schur! Bis zum nächsten Mal.